Das Bitcoin-Netzwerk wird zum Multi-Asset-Netzwerk. Mit Taro lassen sich nun Stablecoins über Lightning verschicken. Das Taproot-Update von Bitcoin trägt erste Früchte. Wie Lightning Labs am Mittwoch, 28. September mitgeteilt hat, ist die Alpha-Version von Taro live gegangen. Dabei handelt es sich um ein von Taproot betriebenes Protokoll, das die Ausgabe von Assets auf Lightning möglich macht. So öffnet sich Bitcoin langfristig für Stablecoins. Auf Taro emittierte Assets können in Lightning-Kanälen hinterlegt werden, wo Nodes, sogenannte Atomic Swaps, von BTC in Taro Assets durchführen können. Dadurch können Taro Assets mit einem Lightning-Network operieren, von dessen Reichweite profitieren und dessen Netzwerkeffekte stärken, heißt es im Bildersguide von Lightning Labs. Übrigens, Taro steht für Taproot Asset Representation Overlay. Der Name verrät es bereits, ohne Taproot wäre das Update nicht machbar gewesen. Alle Infos zu Taproot findet ihr natürlich auf BTC Echo.